Wie halte ich Nudeln warm? Heute kochen wir Nudeln mit Soße. Erstmal Wasser in den Topf und diesen auf die Herdplatte stellen. Nun kurz kochen lassen und Salz und Nudeln dazugeben. Nach ca. 10 Minuten kochen, kurz abschmecken. Um die Nudeln weiter warm zu halten, gießen wir den Topf mit den Nudeln in das Sieb. Der Becken steht kurz abschmecken. Das Sieb wieder in den Topf stellen und fertig sind eure Nudeln. Die Soße muss noch erhitzt werden und schon ist man fertig. Nun guten Appetit. Bis morgen.